Jetzt fehlt nur noch eins, der Star des Abends und mir wurde gerade signalisiert, er ist bereit. Es kann losgehen, meine Damen und Herren, Bühne frei für die neue S-Klasse. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Damen und Herren, zum Schluss möchte ich noch drei Dinge loswerden. Erstens, danke an unsere Kundinnen und Kunden, die dafür gesorgt haben, dass die S-Klasse zu dem wurde, was sie ist, das erfolgreichste Luxusautomobil der Welt. Zweitens, danke an das gesamte S-Klasse-Team. Ihr habt dafür gesorgt, dass auch das neue Modell wieder neue Maßstäbe setzt. Absolut super Job, den ihr dort gemacht habt. Deshalb bitte ich euch jetzt alle auf die Bühne. Und drittens, danke Ihnen allen, dass Sie heute unsere Gäste waren. Wenn Sie gefragt werden, wie die Weltpremiere war, dann werden Sie hoffentlich sagen, S-Klasse. Und in diesem Sinne, einen schönen Abend. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.